Ja, liebe Freunde der Zocker-Lounge, herzlich willkommen zurück bei den Siedlern 4. Vielleicht zu einer neuen Aufnahme, vielleicht auch mittendrin, ich weiß es noch nicht. Und ich muss mich wieder kurz orientieren. Achso, genau, wahrscheinlich keine neue Aufnahme, denn ich war ja schon dabei, die Truppen zu versammeln. Wir brauchen 10 Fahrzeuge und, ja, 50 Bogenschützen, 50 Schwertkämpfer, 50, na ihr wisst schon, Rucksack-Touristen. Ja, und, ähm, leider müssen wir das per Schiff erledigen und, ähm, ja, wie ihr seht, ist das nicht so einfach, überhaupt mal einen Siedler in das Schiff reinzubringen. Unten gehen sie rein. Kommt schon. Eine Nachricht, eine Balisade ist fertig. Okay, hier stehen zwei. Habe ich eigentlich Schwefel? Wo kommt denn hier? Ach nee, das ist Gold. Gut, brauche ja keine Munition dafür, passt schon. Äh, dunkles Volk unterwegs? Nö. Gut, du kannst dann wieder rübercruisen. Du darfst hier vielleicht einsteigen und du darfst hier einsteigen, okay. Eine Fähre ist fertig, auch okay. Dann fahr du mal hier hin vielleicht. Und ihr konntet ja nur eine aufnehmen, deswegen dürft ihr jetzt auch gleich rüberdüsen. Und ich werde ja wohl jetzt noch die Siedler hier reinbringen. Boah, es ist so, so ätzend. Kommt schon. Alter. Alter. Okay. Ähm, nachproduzieren tue ich ja hier, ne? Äh, da ist auch noch irgendwo ein mittelprächtiger dabei, der darf hier runter. Gut. An die Front mit euch. Waffen tue ich ja alles produzieren, ne? Also ich müsste... Ja, genau. Es scheitert eher am Gold, okay. Und jetzt fällt mir auch wieder auf, dass ich so extreme Platzprobleme hatte. Aber okay. Ähm, hier bitte. Den nächsten. Hier haben wir Pioniere am Start, hier auch. Ihr macht einen richtig guten Job. Und in dieses Schiff mag einfach niemand rein. Dann probieren wir es hier. Okay, das hat funktioniert. Okay. Okay, 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 okay. Da kommt noch was nach. Auch gut. Fahr halt mal richtig an Land, ey. Okay, da funktioniert's. Gut. Euch kann ich alle nicht mehr anklicken. Das heißt... Ihr geht in das Schiff rein. Euch laden wir aus. Euch auch. Euch auch. Ne? Oder auch nicht. Und du darfst dann wieder... ...zu Balisade fahren. Ähm... ...du auch. Und ihr zum Ausladen. Wäre echt cool, wenn ich hier irgendwo einen Counter hätte, was wirklich noch fehlt, das runter zählt. Das würde das doch deutlich angenehmer machen. Aber gut. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne? Dunkles Volk. Hallo. Hier wollen wir noch nix. Dann... ...muss ich hier weiter ausdünnen. Holzfäller... ...keine... ...Bäume... ...okay. Eine Fähre... ...okay... ...brauche ich jetzt aber eigentlich dann auch wohl eher... ...keine mehr. Und da haben wir noch eine Balisade, beziehungsweise zwei... ...hoch, komm. Okay, da ist gut was los. Und ich habe hier... Gut, ich sehe es ja, ne? Ah, es fehlt noch einen Haufen. Warum müssen die nur so einen kleinen Haufen bringen und ich so eine Riesenarmee, ja? Was soll denn das? Muss ich eigentlich auch Priester bringen? Ich hoffe nicht. Aber gut. Stell dich mal weiter runter. Was macht eigentlich meine Angriffsstärke? 86%? Auch nicht so geil. Pack mal die Elite an. Da sind zwei Bogenschützen, die da nichts zu suchen haben. Einer davon bist du... ...und der andere bist du. Okay. Komm, du gehst da rein. Oder auch nicht. Bei euch hat es funktioniert. Komm schon. Yeah. Einer. Den kann ich mir anwählen. Toll. Und den auch nicht. Super. Komm, einsteigen. Jawohl. Eine Balisade ist fertig. Ja. Nehmen wir mit. Komm hoch. Ihr seid voll. Ihr könnt los. Und ihr möchtet entladen werden? Ja. So weit, so unspannend. Ich weiß. Okay. Next. Ihr seid unterwegs. Du steigst ein. Und ihr... Auch? Gut. Werd ich angegriffen? Nein. Immer noch nicht. Gefällt mir. Gut. Und du bist voll. Dann darfst auch du an Land gehen. Und du bist auch voll. Und darfst auch los. Okay. Okay, okay, okay. Hier geht es weiter. Wir gehen diesen Weg. Puh. Wie schaut es denn eigentlich mit meiner Produktion aus? Habe ich mittlerweile wieder Kohle? Naja, Kohle ist so der Flaschenhals. Ist halt so. Aber eigentlich... Naja. Ich produziere ja schon mal durch. Das ist schon mal nicht schlecht. Und Waffen habe ich im Überfluss. Das ist eher... ...eher Gold. Aber es poppen ja konstant Ritter draus. Wenn ich jetzt mal in die Statistik reingehe, dürfte ich eigentlich... Oh, was ist denn hier passiert? Das ist ein Bug, oder? Das sieht nach... Ja, das sieht nach Mega Bug aus. Sollte ich sogar das dunkle Volk bald eingeholt haben. Fahr du lieber hier drüben hin. Das Volk besser funktioniert. Und ihr zwei könnt ausladen und neue holen gehen. Los, los, los. Die Hälfte haben wir. So, das funktioniert. Das freut mich. Okay. Gut. Gibt es da eigentlich irgendeinen Trick, um die Schiffe besser und schneller zu beladen? Das würde mich nicht mehr interessieren. Wenn da jemand was weiß, ab in die Kommentare. Ich wäre echt dankbar. Gibt dann auch ein fettes Like von mir. Minimum. Keine Bäume mehr. So, so. So. Ahem. Ja, und die Husterei hört immer noch nicht auf. Abladen. Und zurück. Oh, da ist auch noch eine. Dann haben wir doch jetzt schon... Fünf. Sechs. Okay, noch vier. Und bei euch... Die Hälfte. Die Hälfte. Naja. Du hast es geschafft. Du auch. Gut. Oder auch nicht. Nächster Versuch. Ah, das sieht schon so aus, das Boot, dass es nicht gehen kann. Komm, mischt auf die Seite. Uhuhu. Ich möchte es jetzt hier eigentlich nicht noch weiter ausdünnen. Wie viele Elite haben wir denn hier noch drin? Aber schon ein paar. Hm. Wie verhalte ich mich? Soll ich ein paar mal F12 drücken? Das könnte ich eigentlich auch tun. Komm, wir drücken mal. F12. Zack. Können wir auch hier gleich weiterbauen. Aber er kommt nicht, ne? Irgendwie... Wo ist eigentlich das dunkle Volk? Es müssten ja auch so langsam mal die Siedler ausgehen. Befürchte ich. Okay, du da auch hier hin. Du stehst doch gut. Du stehst doch auch gut. Wo ist eigentlich das zweite Beladene? Du bist beladen. Ab geht's. Auf geht's. Hallo? Gibt's ne Stopptaste? S? Ja. So, du fährst los. Und sind da noch welche? Ja, das letzte. Gefährt. Waren da nicht schon Ritter drin? Nö. Okay. Und du? Lässt ihn dann doch nicht rein, hm? Nächster Versuch. Ist eigentlich wieder was drüben. Nö. Ihr zwei noch rein. Du bist leer. So. Dann los. Ich fühle mich gerade als andere Spieler. Ich habe hier viel zu viel Schiffverkehr. Egal. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir eine Basketballer verloren haben? Ja, ich halte ja schon die Klappe. Boah, geht noch ein großes Wohnhaus hin? Na dann los. Und hier? Und hier? Und hier? Nicht. Aber mittleres. Woran scheitert's? Tja, bei den Siedler, ne? Du, komm und ihr ausladen. Ausladen und zurück. Und zurück. Okay, dann haben wir jetzt Acht. Und wie schaut's bei euch aus? 34 Bogenschützen, 31 Rucksack-Touristen. Wie heißt der irgendwie richtig? Rucksack-Katabolist. Wow. Und 4, 26 Schwertkämpfer ist noch ein bisschen dünn. Na? In den ging's? Aber da muss doch jetzt mal wieder ein Angriff kommen. Das kann er doch nicht. aussitzen. Ich mein, ich bin hier in der letzten Trojaner-Mission und es waren schon ein paar. Und dann ist das so easy? Hmm. Von dem Bug möchte ich ja gar nicht reden. Hat man ja schon genug. So, du hast noch so ein Dingens dabei und du bringst schon ein paar Dingens. Okay. zurück. Das heißt, jetzt fehlt echt nur noch einer. Dann haben wir ein wenigstens mal ein Part gelöst. Und militärtechnisch geht noch was. Ja doch. Gewaltig sogar. Aber eben nicht schnell genug. Da ist wieder einer fertig. Und weiter. Das Gold bringt mir gar nichts hier unten. Das ist viel zu weit. Die Transportwege sind ewig. Das würde nichts bringen. Ein bisschen der Nahrung runter schleppen. Was heißt drum. Ähm. Ähm. Wow. Warum habe ich da so viel Militär? Da kommt er doch eh nicht durch, oder? Wobei. Wobei. Holzi. Du schon wieder. Dann mach doch hier weiter. So. Wir drücken ein bisschen F12. Bisschen auf die Tube. Angriff. Hallo. Nö. Nichts. Wo ist eigentlich. Wo ist eigentlich der Letzte. Habe ich ihn irgendwo eingeladen? Ja. Hier. Rüber mit dir. Und wir checken nochmal. Warte mal. Ich habe nicht alle angewählt. Oh Gott. Das kann ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Aber ich kann von jedem Typ. 31. 39. Es sind doch nicht mehr so viele. Komm schon. 36. Ach. So ein bisschen. Könnt ihr. Ja. Ihr könnt. Könnt ihr. Mach doch mal. Ich werde echt nicht mehr angegriffen. Dann gehe ich doch jetzt volles Risiko. Pack euch alle hier zusammen. Und füllen mir noch die Elite raus. Geht ihr mal. Oh ihr seid alle Elite. Sehr schön. Da weg. Ihr Bogenschützen geht mal alle hier runter. Und dann haben wir noch irgendwelche Schwertkämpfer hier. Geht mal hier rüber. Ihr geht mal hier rüber. So Schwerties. Und ihr habt nur einen Missratenen dabei. Das heißt, ihr könnt auch abdampfen. Und bei euch wird es ein bisschen komplizierter. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt mixt bitte nicht. Halt. Stopp. Oh, wenn ich euch gerade habe. Ihr seid alle auch Elite. Alle weg da. Und ihr alle weg da. Und ihr seid auch keine mehr, oder? Ich habe doch alle erwischt. Hab ich. Du kannst da auch gleich mit. Ja. Ihr 3 auch. Wo ist hier das jetzt ein Angriff? Eher nicht. So, dann pick mal wieder ein bisschen. Du bist gut. Du bist toll. Dich mag ich auch. Du hast eine schöne Frisur. Du bist heterosexuell. Komm. Du da. Katapultis habe ich bestimmt eh nur Level. Du kannst da runter. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Das geht bestimmt alles auch irgendwie einfacher. Ich bin nur zu dämlich. Ich weiß. So, ihr weg. Ah, okay. Bis auf zwei alle erwischt. Aber das ist egal. Ihr müsst irgendwas. Das muss das Ding ja hier noch verteidigen. Da kriegen wir auch noch zwei. Ihr kommt auch noch mit rüber. So. Mittlerweile müsste auch die letzte Haubitze da sein. Gut. Dann pack du mal noch vier vielleicht. Und du packst mal hier noch. Und jo. Zehn. Neun. Zehn. Genau. Und euch kann ich nicht mehr alle anwählen. Oder? Oder? Nee. Ihr seid schon zu viele. Okay. So. Kann da jemand einsteigen? Ja. Vielleicht. Doch. Da gehen Ritter rein. Da gehen auch Ritter rein. Ich meine hier in dem Boot sind doch auch schon welche. Ist voll. Ist voll. Braucht er gar nicht probieren. Das sind 15 drin. Los. Ist auch voll. Los. Ist auch voll. Los. Und hier noch nicht so wirklich, ne? Weg vom Ufer. Das könnte auch funktionieren. Aber nicht, wenn er sich bewegt. Doch geht. Hat auch funktioniert. Jawohl. Okay. Da kommen ja jetzt ein paar gute Schiffe an. Du musst leider draußen bleiben. 8, 9, 9, 12, 13, 14, 14, 15, 15, okay. Los. Da waren es leider nur noch drei. Vielleicht reicht das ja. Sammelt euch mal hier. Okay. Und jetzt wird es hier einfacher. Wir sind nicht durch die Berge durch. Je, hey. Hab ich eigentlich noch Steine? Nicht wirklich. Das Lager ist noch voll. Ist gut. So. Und die ersten Schiffe kommen an. Peng. Und weg. Peng. Und weg. Boom. Und los. Kommt schon. Schwertkämpfung. 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 Euch brauche ich nicht mehr. Okay. Katapultis. 51. Euch brauche ich auch nicht mehr. Schwertis auch 50. Yeah. Das reicht. Ich habe gewonnen. Haha. Okay. Schauen wir uns das dunkle Land noch an. Ah. Weit wäre es gar nicht mehr gewesen. Was haben wir denn hier? Ein Friedhof. Äh. Okay. Es ist dunkel. Aber. Hier hat er ein paar stehen. Wäre. Ich habe ihm natürlich im ersten Angriff gleich wieder seinen Manacopter zerschossen. Dass er den aber gar nicht mehr nachbaut. Gut. Gut. Die Bude sparen wir uns dann. Und hier wäre ja noch mehr Militär gewesen. Ja. Gut. Würde ich sagen. Dann gucken wir mal, ob es einen Abspann gibt. Sonst. Spare ich mal nochmal ab? Sicher ist sicher. Sonst stehen wir kurz vorm Finale. Nein gibt es nicht. Dann möchte ich mich mit diesem schönen Bildchen von einem netten süßen Trojaner verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge dann das, ja, große, in Anführungszeichen, Finale der Trojaner-Kompanne. Aber noch lang nicht das Ende dieses Let's Plays. Denn wir haben ja hier noch Römer, Mayas, Wikinger, Siedlermaps, Missions-CD, Römer, Missions-CD, Wikinger, Missions-CD, Mayas. Konfliktsiedeln, die neue Welt, das interessiert mich brennend sogar. Einzelspieler, ja gut, den schenken wir uns. Den kennt man ja. Beziehungsweise die drei Völker haben ja sogar schon gespielt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis demnächst hier auf der Zocker-Lounge, eurem Siedler4-Kanal. Auf YouTube, D-Tubes, die mit und so weiter. Ciao. Haut rein. Gell? Ich halte es die Klappe.